Er sprach zu mir, wenn du 18 bist und bis dahin nicht deinen Schwur vergisst, dann hol ich dich und dann wirst du mein und uns läuten die Glocken von Konrad. Ich hab gewartet drei Jahre lang und die Zeit war schwer und mein Herz war bang. An jedem Tag und bei Nacht im Traum hör ich läuten die Glocken von Konrad. Dann sah ich ihn vor der Kirche stehen und an seinem Arm eine andere gehen. Er konnte nicht meine Tränen sehen bei dem Läuten der Glocken von Konrad. Ach, mein Herz möchte schlafen gehen bei dem Läuten der Glocken von Konrad.